Du bist ein gutes Mädchen, Elise. Denke immer daran. Sei tapfer und weine nie. Was auch immer geschieht. Herr Sonic! Nenn mich einfach Sonic! Und? Ist alles in Ordnung bei dir? Ich bin so froh, dass du da bist. Versprochen ist versprochen, oder? Sonic! Na, sieh mal einer an. Wir haben wohl eine Ratte im Gemäuer, die hier nichts zu suchen hat. Oder ein Egel, um genau zu sein. Die Prinzessin bleibt in meiner Gewand. Wenigstens, bis ich das Geheimnis um die Flammen des Unheils gelüftet habe. Alles klar, auf geht's!